Hey! Hey! Endlich! Ich wollte schon wieder gehen. Warum gehst du nur nicht ran? Sorry, mein Handy war noch auf lautlos. Was ist? Wo warst du denn so lang? Ach, wir haben noch ewig geredet nach der Probe. Aber du bist doch gar nicht aus der Richtung vom Theater gekommen. Nee, ich war noch einkaufen. Weißt du, wen ich dort getroffen hab? Wen? Roland. Zufällig bei der U-Bahn. Kleine Welt. Und? Lang geredet? Eigentlich nicht. Und? Was und? Es gibt kein und. Wart ihr wo? Nein. Kurz. Wo? Was heißt wo? Was ist los? Das ist eine ganz einfache Frage. Wo? Irgendein Café am Hackischen. Und was hat er gesagt? Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Du brauchst gar nicht so komisch sein. Hat er dich wieder angejammert? Nein. Eigentlich ja. Willst du einen Kaffee? Nö. Ich hatte vorhin schon einen. Du hast mit ihm gefickt? Ja. Blöd nicht. Entschuldige. Warum gibst du's dir zu? Weil du mich gefragt hast. Er hat mir leid getan. Ah, gut. Also ich, ich mache nichts hinter deinem Rücken. Das ist ganz einfach. Ich doch auch nicht. Du hast mich gefragt und ich hab's dir direkt gesagt. Ach, und deswegen bist du jetzt entlastet? Sag doch einfach gar nichts. Oder beim nächsten Mal lüg mich an. Wir haben gesagt, dass wir uns immer alles sagen. Ja, damit du von mir gleich die Absolution bekommst. Dich lieb ich. Glaube ich. Du liebst mich? Aber du fickst mit wem anders? Meinem Ex. Was erwartest du jetzt von mir? Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ich hab's dir direkt gesagt. Pech. Was willst du eigentlich von mir? Es war nur zum Abschied. Sieht der das auch so? Und wie habt ihr es gemacht? Wie wir es gemacht haben? Er hat mich umarmt. Dann hat er mich geküsst. Und dann hab ich mir ganz langsam den... Deinen Maul! Halt! Deinen Maul! Ich will's nicht hören. Du hast... Halt! Deinen Maul! Ich will's nicht hören. Du hast damit angefangen. Solange du ihn fickst, hast du ihn nicht verlassen. So. so kilos ist das weg, aber ich will es jemanden wie auch drehen, so kannst du esか JR-Aise die probieren und ihr habt dat, dass du schon einstich doubt. Das war also so wichtig, wenn du willst. Ja.